Sportlich läuft es derzeit nicht so rund für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, obwohl nach wie vor natürlich alles drin ist Richtung Aufstieg in die zweite Bundesliga. Gestern Abend stand aber die Jahreshauptversammlung des Vereins auf dem Programm und das endete mit Überraschungen und daraus resultierend mit heftigen Turbulenzen. Um kurz nach acht gab es den großen Knall. Dr. Reinhold Ernst trat überraschend als Aufsichtsratsvorsitzender der Fortuna zurück. Der Jurist sah nach nur einem Jahr keine Grundlage mehr, seine Arbeit fortzusetzen. Ich bin einfach mit sehr viel Elan hier gestartet und habe dann gesehen, dass es ein paar Widerstände gab, habe auch versucht dann entsprechend das aufzunehmen, habe weiter immer gekämpft für die Sache. Es gab trotzdem weiterhin einige Themen, an denen ich merkte, vielleicht ist es gar nicht richtig, wenn du das weitermachst und wenn hier das Beste eigentlich für den Verein ist, dass nicht weiter irgendwelche Streitigkeiten bestehen. Wenn du eigentlich in der Mitte auch dieser Streitigkeiten stehst, dann denke ich, diene ich dem Verein am besten, wenn ich das nicht mehr weiterführe. Welche Streitigkeiten genau den Hintergrund für den Rücktritt bildeten, wollte Ernst vor laufender Kamera nicht weiter erläutern. Die Reaktion der Mitglieder auf den Rücktritt war eindeutig. Für viele von ihnen war es ein Schock. Einige skandierten Vorstand raus oder verließen den Saal. Dr. Reinhold Ernst wurde für seine Leistungen mit stehenden Ovationen bedacht. Das war überwältigend. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich muss sagen, das konnte ich nicht ansatzweise erwarten. Ich bin hier ein Jahr tätig, habe alles versucht, aber das ja weitgehend im Hintergrund. Und ich kann nicht mehr tun, als für den Verein zu arbeiten. Also das hat mich so überwältigt. Ich war sprachlos. Sprachlos war auch Georg Koch. Eigentlich sollte es an diesem Abend das große Comeback des beliebten Fortuna-Torwarts vergangener Tage geben. Der ehemalige Bundesliga-Keeper wollte für den Aufsichtsrat kandidieren, um gemeinsam mit Ernst die Weichen für die Zukunft zu stellen. Er zog seine Kandidatur jedoch zurück. Ich hatte gestern noch ein längeres Gespräch mit Herrn Dr. Ernst beim Tag der Legenden. Und da hatte ich nicht den Eindruck gehabt, dass er irgendwie einen Ansatz hatte, zurückzutreten. Aber es müsste doch noch über Nacht irgendwas passiert sein, dass er den Entschluss gefasst hat, den ich natürlich auch voll respektiere, weil ich so eine sehr hohe Meinung von dem Herrn Ernst habe. Für mich ist das natürlich unser Kartenhaus, weil ich mich in der Presse natürlich auch vorher ganz klar positioniert habe zum Herrn Heinig und zum Dr. Ernst, ist natürlich unser Kartenhaus zusammengebrochen. Und somit habe ich natürlich auch keine Situation oder keine Möglichkeit gesehen, zu kandidieren. Ob es in absehbarer Zeit doch noch eine Zukunft für Koch bei der Fortuna geben wird, ist noch unklar. Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten zeigen. Ich bin Fortuna und bleibe Fortuna. Und wenn sich was ändern sollte oder andere Leute das machen, dann bin ich gerne bereit, bei Fortuna zu helfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht das einfach nicht. Ich weiche mich nicht mit der Leute, mit gewissen Situationen halt nicht identifizieren kann. Und das ist wichtig, wenn man eine Aufgabe übernimmt, dass man mit Herzblut herangeht. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Am gestrigen Abend konnte dann auch keine neue Besetzung für den Aufsichtsrat gefunden werden. Daneben Koch auch noch drei andere Kandidaten für den Aufsichtsrat, den Rückzug antraten, wurden die Wahlen auf Antrag des Wahlausschusses vertagt. Über die neue Zusammensetzung des Gremiums soll nun in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Wann diese stattfinden wird, ist indes noch unklar. Die Tatsache, dass Vorstandsmitglied Hermann Tecklenburg und Aufsichtsratsvize Heinrich Pröpper von der Versammlung nicht entlastet wurden, geriet nach den vorangegangenen Ereignissen zur Nebensache. Tja, wie das weitergeht, ist also noch völlig offen. Wie es für die erste Mannschaft von Fortuna weitergeht, ist indes völlig klar. Nämlich am kommenden Samstag um 14 Uhr in der LTU-Arena. Da ist dann der nächste Gegner Dynamo Dresden. Was, glaube ich, alle sehr gut gebrauchen könnten, das sind jetzt drei Punkte. Heftige Turbulenzen bei Fortuna. Kann, glaube ich, niemand gebrauchen im Moment, Christian. Im Moment wirklich nicht. Der Blick auf die Tabelle, Vierter, mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, ist auch nicht unbedingt ermutigend. Aber noch haben wir ja ein paar Spiele und wir hoffen, dass Fortuna dann doch wieder ins richtige Fahrwasser gerät. Am Ende vielleicht der Aufstieg steht. Dann gibt es dann doch ein versöhnliches Ende. Du bist trotzdem noch optimistisch. Ja, natürlich. Wer Fortuna-Fan ist, der ist zweckoptimist. Sportlich gesehen bin ich das auch auf jeden Fall. Okay, wir werden das weiter beobachten, verehrte Zuschauer.